Christus, du bist meine Hoffnung, mein Friede, mein Glück, all mein Leben. Auf den Personalchef und den stillvertretenden Generalvikar. Herr Bertha, Kriminalpolizei. Wie kann der Junge das so beschreiben? Ihr wisst, dass da nichts dran ist. Oliver, was ist denn das? Da schweißt einer mit Dreck. Und es ist nur eine Frage der Menge, ob da was hängen bleibt. Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Das heißt nicht, dass du weißt, wie er ist? Das ist ein Foto. Davon gibt es Dutzende. Sieht merkwürdig aus. Verfolgen Sie mich? Ich versuche einfach zu verstehen, was passiert ist. Dass Ihr Freund mein Kind angefasst hat. Wir müssen sehr ernsthaft in Betracht ziehen, dass Pfarrer Bertram das Opfer einer Falschbeschuldigung wurde. Er will ein Arzt. Wir haben uns ja wieder zu Hause, da kippen die Westen auf. Den Schrott will hier keiner hören. Willst du dich hören? Wir müssen dem nachgehen, Herr Kardinal. Wir müssen vor allem barmherzig sein. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit. Wir haben unsere Glaubwürdigkeit lange verloren. Was Ihr Sohn jetzt braucht, ist Heilung. Du weißt auch, wer ich bin. Die Kirche ist eine Mutter und eine Mutter schlägt man nicht. Überleg dir gut, auf welcher Seite du stehst. Du weißt, was wird da? Untertitelung des ZDF, 2020